Hallo Leute, ich bin Legendkiller und Scherz aus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wenn ihr aimt, wie ihr diese Flaggen wegbekommt und andere Sachen wegbekommt. Was ich meiner Meinung nach für Sniper sehr wichtig finde oder sehr, ja doch eigentlich sehr wichtig finde, wie man das wegkriegt. Dafür geht ihr einfach in Edition, dann auf Gameplay, dann geht ihr nach ganz unten auf ADS-Symbole, auch bekannt als Aim-Downside-Symbole. Und dort könnt ihr halt die Einsatzsymbole in Deckkraft einstellen, das sind diese Flaggen, Verbündete, wie sehr man die Verbündeten sehen kann. Die habe ich jetzt mal auf 50% gestellt, Gegner natürlich auf 100% und Gadgets sind diese Landminen und so von eurem Teammates, wenn sie die werfen. Ich lege jetzt hier einfach mal drei Landminen, glaube ich, auf den Boden in dem Video. Und meiner Meinung nach muss man diese Landminen auch nicht sehen, wenn man down-aimt. Ich meine, wofür braucht man das? Vielleicht bei Hardcore-Servern, ich glaube, bei Hardcore-Servern wird das eh nicht angezeigt. Von daher habe ich das Ganze auch bei mir auf Null gestellt. Und naja, ich hoffe mal, ich konnte einigen Leuten damit mit diesem Video helfen. Und das war so ein Video der Reihe von Battlefield Quick Tips. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Video. Ciao.